Wie schon angekündigt, wir haben vier Kolleginnen und Kollegen eingeladen, jeweils für einen kurzen Impuls, etwa zehn Minuten und dann im Anschluss nochmal in der Panel-Runde hier für Fragen zur Verfügung zu stehen. Die erste Rednerin, die ich gerne begrüßen möchte, ist Heike Schaumburg von der Humboldt-Universität in Berlin, dort in der School of Education, Co-Autorin einer Studie für die Robert-Bosch-Stiftung zum Thema Personalisierten Lernen mit digitalen Medien und seit langen, langen Jahren beschäftigt mit dem Thema und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu zu sagen hast. Ja, also guten Tag, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich sogar starten soll, das war nämlich gar nicht abgesprochen. Ich bin an der Humboldt-Universität am Institut für Erziehungswissenschaften seit 2003 in der Lehrerbildung und war eben auch eine ganze Weile Direktorin der Professional School of Education, stellvertretende Direktorin. Ich habe insofern ein bisschen auch über den Tellerrand der Bildungswissenschaften hinausgeblickt und kann auch hier schon verkünden, wir sind an der Humboldt-Universität auch dabei, an einer Digitalisierungsstrategie zu arbeiten für die Lehrkräftebildung. Genau und daraus speist sich jetzt so ein bisschen das, was ich hier an Erfahrungen und Problemen vielleicht aufwerfen möchte, was ich denke, wo die Herausforderungen liegen, unsere Lehrkräfte so auszubilden, dass sie eben im Zeitalter der Digitalisierung ihre Aufgaben gut erfüllen. Ich beginne aber erstmal damit, was ich auch denke, das hat Herr Weichert, Entschuldigung, zu Beginn auch schon gesagt, was nicht unser Problem ist, also unser Problem ist, glaube ich, nicht, dass wir das Ziel nicht kennen, also dass wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Wir haben seit den 2000er Jahren sehr viele Modelle entwickelt dafür, was medienpädagogische Kompetenz, so wurde das damals genannt, ist und ich denke, dass eben eins der älteren Modelle von meiner Kollegin Sigrid Blömecke auch nach wie vor eigentlich trägt, die nämlich sagt, also Lehrkräfte brauchen natürlich erstmal eigene Medienkompetenz, sie müssen ihre Schülerinnen und Schüler kennen und insofern deren Mediennutzung, oh super, danke schön, auch kennen und einschätzen können, sie müssen mediendidaktische Kenntnisse haben, sie müssen medienerzieherische Kenntnisse haben und sie müssen sich auch darüber bewusst sein, inwiefern Medienentwicklung eine Schulentwicklungsaufgabe ist. Also das sind so die fünf Facetten, die sie aufmacht und ich finde, dass die eigentlich auch, wenn man jetzt über digitale Medien oder Digitalisierung spricht, nach wie vor als Grundraster sehr gut sind. Sehr gut gefällt mir auch, da werden wir aber sicherlich gleich noch mehr drüber hören, das Digicomp-EDU-Raster, was jetzt eben von der EU entwickelt worden ist, was aus meiner Sicht so ein bisschen letztendlich sehr anschlussfähig ist an dieses alte Modell, aber für die Digitalisierung diese Teilbereiche oder Facetten finde ich nochmal sehr schön präzisiert. Also insofern, das ist eigentlich nicht unser Problem, dass wir nicht wissen, was wir, also wo wir hinwollen. Die Probleme fangen aus meiner Sicht da an, was sollen wir jetzt tun, um diese Kompetenzen eben tatsächlich zu entwickeln. Und eins, denke ich, ist dabei auch noch ganz klar, das hat Herr Weichert auch schon angesprochen, ganz am Anfang. Das Ganze kann nur als Querschnittaufgabe gedacht werden, der Lehrkräfteaus- und Weiterbildung. Und ich meine Querschnittaufgabe hier jetzt im doppelten Sinne, nämlich einerseits querschnittlich über alle Phasen der Lehrkräfteausbildung hinweg und auch querschnittlich, wenn ich jetzt nur an die erste Phase denke, über die Fächer hinweg. Und da fangen dann auch schon die Probleme an, denke ich. Als erstes aber möchte ich noch auf zwei weitere Sachen hinweisen, vielleicht so vorab. Also das eine ist, dass ja diese Modelle Kompetenzen beschreiben und Kompetenzen mehr als Wissen sind. Ich finde aber, dass in der Diskussion dann häufig doch wieder irgendwie nur so es um die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen geht. Kompetenz ist aber mehr und da komme ich jetzt auf den Vortrag von Michael Schratz zu sprechen. In Kompetenz steckt meiner Meinung nach nämlich ganz viel Haltung drin, Motivation, irgendwas zu tun, das Selbstvertrauen oder die Selbstwirksamkeit zu glauben, dass man es auch tun kann. Und gerade im Bereich digitale Medien auch ein großer Anteil Innovationsbereitschaft, also das, was Michael Schratz so dieses verstörende Moment so charakterisiert hat, an dem man sich dann eben traut, andere Wege zu gehen oder irgendwas anders zu machen. Und das ist meiner Meinung nach eben ein ganz zentraler Bestandteil, auch gerade wenn es darum geht, Lehrkräfte für die digitale, also das Zeitalter der Digitalisierung vorzubereiten. Und das Zweite, das steckte, finde ich, implizit auch in dem Vortrag von Michael Schratz schon sehr stark drin. Es geht ja nicht allein um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht und in der Schule, sondern damit verknüpft ist eigentlich immer auch eine bestimmte Haltung als Lehrkraft. Und diese Haltung, die Michael Schratz in seinem Vortrag hier eigentlich jetzt stark gemacht hat, nämlich dass der Lehrer eben nicht derjenige ist, der im Zentrum steht und das Wissen vermittelt, sondern dass er sich auch auf die Lernenden einlässt, den Lernenden Freiräume gibt und sozusagen eher sich so auf das Abenteuer des Lernens zusammen mit den Schülern begibt. Das ist so eine Grundhaltung, die eben auch gerade, wenn ich digitale Medien einsetzen möchte im Unterricht, sozusagen überhaupt erst das Potenzial dieser Medien wirklich ausschöpft. Also das heißt, für die Lehrkräftebildung, wir müssen uns so ein bisschen auch die Frage stellen, worum geht es jetzt eigentlich? Geht es eher um die Vermittlung dieser verschiedenen Sach- und Fachkompetenzen oder geht es eher um die Vermittlung einer Haltung? Genau, also ich sagte schon, wenn man das Ganze als Querschnittsaufgabe anlegt und so muss es angelegt werden, dann kommen wir als erstes auf das Problem der unzureichenden Verknüpfung der Phasen der Lehrkräfteausbildung. Das Ganze ist ein Problem oder ein Desiderat, das formulieren wir ja nicht erst seit es die Digitalisierung gibt, schon sehr, sehr viel länger wird das als Problem formuliert, dass also die erste universitäre Ausbildungsphase nichts vom Referendariat von der zweiten Phase weiß, dass beide auch eher mit Misstrauen aufeinander blicken und dass dann irgendwie, was sich daran anschließt, ist eigentlich völlig willkürlich und hat auch keinerlei Anschluss mehr. Und ich denke, in der Digitalisierung liegt jetzt erneut die Aufforderung eigentlich, sich darum zu kümmern, diese Phasen besser aufeinander aufzubauen und miteinander und sich dann eben auch zu überlegen, wie sollen die Kompetenzen, die die Lehrkräfte für das Zeitalter der Digitalisierung brauchen, über die Phasen sozusagen systematisch aufgebaut werden und verzahnt werden miteinander. Also das wäre so eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das gelingt, aber das wäre eigentlich notwendig. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass in den Papieren, die jetzt so bildungspolitisch erstellt wird, häufig der Ansatz immer noch ist, in alles, alles reinzuschreiben, also gerade nicht sich zu überlegen, was ist jetzt sinnvoll eigentlich, was die Leute im Studium lernen sollten, was können sie darauf aufbauend im Referendariat erwerben und was bleibt meinetwegen auch der dritten Phase vorbehalten. Also ich denke, es ist gut, dass jetzt in diesen ganzen verschiedenen Vorgaben und Papieren Digitalisierung mehr Gewicht bekommt. Ich fände es aber sinnvoll, dass da die verschiedenen Stellen, die diese Papiere formulieren, vielleicht auch mal miteinander ein bisschen stärker reden, um das Ganze, also in das Ganze eine Systematik zu bringen. Und ja, das zweite Querschnittsproblem, was wir haben, ist eben die Verzahnung von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften, Psychologie, Soziologie und so weiter, was es so als weitere Disziplinen im Lehramtsstudium gibt. Und eigentlich gilt hier analog, was ich schon sagte, also auch hier wird seit langem eigentlich kritisiert, dass diese verschiedenen Felder nicht genug miteinander verknüpft sind und auch hier würde man, also gilt das Gleiche, dass man sich eigentlich überlegen muss, welche Teilbereiche können in der Fachwissenschaft vermittelt werden, welche in der Fachdidaktik, welche in den Bildungswissenschaften. Und mir ist eigentlich bisher kein Modell bekannt aus deutschen Universitäten, wo das schon zufriedenstellend gelöst ist, dass im Curriculum sozusagen dann systematische Aufteilung und Kompetenzaufbau stattfindet. Genau, wenn ich an die Hochschule jetzt nochmal denke, also da vielleicht noch ein Wort, weil mich das so am meisten betrifft und beschäftigt. Wir haben das Thema Querschnittaufgabe jetzt schon mit einigen anderen Bereichen durch, also bei uns wurde implementiert hier in Berlin in die verbindliche Sprachbildung und auch Inklusion als Thema der Ausbildung und zwar in beiden Fällen teilweise auch als Querschnittsaufgabe. Insofern kann ich jetzt auch schon so auf erste Erfahrungen zurückgreifen, was eigentlich passiert, wenn man in die Curricula der Fächer und Fachdidaktiken der Erziehungswissenschaften sowas als Querschnittsaufgabe integriert, nämlich das, was auch mit der Medienkompetenz an den Schulen bisher schon oft passiert ist. Es verschwindet einfach irgendwo, weil keiner so richtig dafür zuständig ist und also diese Zersplitterung, die hat man dann auch und die fehlende Systematik, das heißt, entweder wird es gar nicht gemacht und es wird irgendwie auch nicht besonders systematisch miteinander abgesprochen und aufeinander aufbauend gemacht und ich befürchte so ein bisschen, wenn wir jetzt einfach in die Curricula der Fachdidaktiken und der Bildungswissenschaften immer das Wort Digitalisierung reinnehmen, dass das auch den gleichen Weg geht. Also da müssen wir uns irgendwie überlegen, wie bekommen wir das denn so in die Curricula, dass das, oder wie bekommen wir es so umgesetzt vielleicht eher, dass das eine Verbindlichkeit hat und dass das auch eine Systematik hat. Und wenn ich bei der Frage bin, dann muss ich mich aber auch nach den, in der Schweiz wird das immer so schön, Zeitgefäßen genannt, fragen. Also wann und wie machen wir das? Gerade die Bildungswissenschaften, kann ich als Vertreterin sagen, und auch die Fachdidaktiken sind in der letzten Zeit eben wirklich sehr stark mit neuen Themen belastet, belastet würde ich nicht sagen, aber also die sind eben dazugekommen und mussten aufgenommen werden. Und man sagt immer, naja, ist ja auch klar, Inklusion, das muss natürlich fachdidaktisch gedacht werden, Sprachbildung muss fachdidaktisch gedacht werden. Da sind aber allerhand neue Themen jetzt reingekommen in das Curriculum und eigentlich keine, nicht mehr Zeit dazugekommen, in der man das vermitteln soll. Das heißt, wir stehen alle vor dem Problem, dass wir mit den, sag ich mal, vier Vorlesungen und drei Seminaren, die wir überhaupt nur haben für unsere Studierenden, jetzt noch überlegen sollen, wie bedienen wir so ein Thema jetzt so, dass da auch vernünftig für die Studierenden was rüberkommt. Also Zeitgefäß. Letzter Punkt. Natürlich brauchen wir auch für unser Personal Raum und Zeit uns entsprechend vorzubilden. Und aller, aller letzter Punkt. Warum predigen wir oder tun wir nicht mal das, auch in der Universität, was wir den Studierenden predigen? Das heißt, müssen wir eigentlich immer diejenigen sein, die das Wissen bei uns haben und das so an die Studierenden ausschütten? Oder können wir nicht auch dort oder sollten wir nicht sogar auch dort umdenken und sagen, nee, wir lernen ein ganzes Stück gemeinsam. Die Studierenden können auch ganz viel Dinge selber schonen. Die haben ihre eigene Kreativität und wir schaffen an der Universität jetzt mal endlich mehr Freiräume für die Studierenden, diese Sachen auch auszuprobieren, sich selber anzueignen und umzusetzen. Danke. Da wären wir auch wieder bei den Fragen, auf die man keine Antwort hat, die Professor Schratz in seinem Vortrag erwähnt hat. Ich weiß nicht, wir bleiben einfach hier oben stehen, oder? Also ich habe mich jetzt noch mal hingesetzt, aber ich glaube, jetzt müssen wir es aushalten. Während wir den nächsten spannenden Impuls hören, Heike Schaumburg hatte es schon angesprochen, den europäischen Rahmen für die digitale Kompetenz lehrender DigiComp.edu, für den Christine Redeker verantwortlich ist, sowohl in der Entwicklung als auch jetzt in der Umsetzung und Anwendung und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Vielen Dank. Gerne. Hallo. Es freut mich hier zu sein, mal wieder nach so langer Zeit. Er heißt DigComp.edu und wer sich genauer informieren will, dort gibt es ein Plakat, wo liegt das, was hängt das genau, da hinten, irgendwo hängt ein Plakat und da sind noch ein paar Flyer dabei. So, aber bevor ich darüber rede, ich bin Deutsche, aber ich lebe seit zwölf Jahren in Sevilla, eine lange Zeit und in zehn Jahren davon habe ich auf europäischer Ebene mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet. Jetzt komme ich wieder hier hin und merke, wie deutsch ich bin und wie deutsch Sie alle sind. Denn das Erste, was wir sehen, sind Probleme. Probleme. Och, was gibt es viele Probleme. Andere Nationen sehen da Möglichkeiten, Chancen. Wir sehen Probleme. So sind wir. Wir sehen Probleme. Und trotzdem möchte ich Sie einladen, über die Probleme hinweg zu sehen. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir da oben so stehen haben, dann sehe ich, dass die Herausforderungen auf unterschiedlichen Niveaus sind. Und die zwei Herausforderungen, die mir immer wieder entgegengeschleudert werden und die ja auch stimmen, die aber einfach nur Probleme sind, die man gerne vorschiebt, sind Zeit und Finanzierung. Ja, das sind Probleme. Wir haben keine Zeit, uns weiterzubilden und uns fehlt das Geld. Und deswegen versuchen wir es gar nicht erst. Das sind wunderbare Ausreden. Und sie sind ja gar kein Ausreden, das ist ja alles wahr. Und trotzdem möchten wir hier, glaube ich, Sie einladen zu sagen, jetzt vergessen wir doch mal diese zwei Probleme. Jetzt nehmen wir doch mal an, wir hätten alles Geld der Welt. Jetzt nehmen wir doch mal an, wir hätten die Zeit. Was würden wir denn eigentlich machen wollen? Und da werden viele Menschen ganz schnell sehr stumm. Und das ist halt das Problem. Sobald das Geld da ist und scheinbar ist ja jetzt das Geld da, es werden jetzt 5 Milliarden ausgeschüttet. Und sobald dann vielleicht auch wir das durchgekriegt haben, mehr Zeit dafür zu haben, was machen wir denn damit? Und da brauchen wir Konzepte. Und jetzt wurde gerade schon gesagt, wir haben ja viele Konzepte. Und die haben wir auch. Und das ist das Gute. Das Problem ist nur, das ist Theorie. Das ist pure Theorie. Und diese Theorie, die schütten wir dann aus. Und dann sitzen da viele Lehrerinnen und Lehrer, die ursprünglich mal sehr engagiert waren und haben das Gefühl, da kommt jetzt wieder einer von oben und erzählt mir, was ich eigentlich können und machen müsste. Und das ist genau das, was wir vermeiden wollen, was wir eigentlich wollen ist zu sagen, wir sehen so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer in ganz Europa und auch in Deutschland. Wir sehen, dass da viele was ausprobieren. Wir sehen Nischen, wir sehen Kooperationen. Das ist das, was wir eigentlich stärken wollen. Und wir haben noch nicht so richtig die Mechanismen gefunden, das zu stärken und aufgrund dieses Wissens weiterzuarbeiten. Und da finde ich es auch ganz schön, dass nach der Finanzierung und der Zeit, nach diesen zwei Problemen, die so schöne Ausreden sind, Vernetzung und Kooperation ganz groß geworden sind. Weil ich glaube, dass das eine große Erkenntnis ist, die bei Ihnen, bei vielen Ihrer Kollegen schon da ist, dass man sich besser abstimmen muss, dass man besser voneinander lernen muss und dass das eben auch eine Chance ist. Also wir bringen den Begriff der Chance rein in die deutsche Bildungskultur. Und das ist eine große Errungenschaft. Wir sehen, da sind Chancen, da sind Veränderungen. Denn was das Hauptproblem ist, ist, dass wir eine etablierte Kultur und Tradition haben, in Deutschland wie in anderen Ländern, die wir komplett über den Haufen krempeln müssten. Und das ist schwierig und das ist auch unmöglich. Wir müssen also Wege finden, diesen so schön etablierten Frontalunterricht, der im industriellen Zeitalter uns so viel weitergebracht hat, aufzubrechen. Das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben die Reformpädagogik, wir haben viele andere Ansätze, aber mit der Digitalisierung haben wir auf einmal Möglichkeiten, die wir nicht als solche erkennen, um das zu tun. Und deswegen, jetzt komme ich zurück, vielen Dank auf die Kompedo, versuchen wir mit diesem Modell, wie mit vielen anderen Modellen auch, das zu stärken, dass digitale Medien uns eigentlich Chancen eröffnen. Chancen eröffnen, Lehren und Lernen ganz neu zu gestalten. Was wir zum Beispiel in den Mittelpunkt unseres Kompetenzrahmens stellen, ist, dass es darum gehen muss, die Schülerinnen und Schüler zu empowern. Und da haben wir lange versucht, ein deutsches Wort für zu finden. Wir sind gescheitert. Learner Empowerment konnten wir nicht übersetzen. Aber das ist eigentlich die Hauptidee, dass wir doch alle wissen, wenn wir gute Lehrer sind, wollen wir, dass alle unsere Schüler die bestmöglichen Bildungsangebote haben. Und wir wollen diese Schülerinnen und Schüler stärken, dass sie ihr ganzes Leben lang ihre Lernerbiografie ausbauen können und weiterentwickeln können und das meist aus ihren Talenten machen müssen. Und das helfen uns, digitale Medien zu tun, indem sie den Unterricht aufbrechen und uns mehr Nischen, mehr Möglichkeiten geben, diese individuelle Förderung voranzutreiben. Und das stellen wir so ein bisschen in den Vordergrund mit unserem Kompetenzrahmen. Ich kann jetzt noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, das ist der ganzen Diskussion nicht förderlich. Deswegen stoppe ich einfach hier. Und der Kompetenzrahmen hängt irgendwo. Der hängt da irgendwo an der Säule. Ja, da können wir gleich nochmal gucken. Dann später die Mittagspause oder auch während der Design Thinking quasi. Meine Kollegin Mina von der Humboldt-Universität, die wird da nachher auch stehen, das Poster präsentieren und ein paar Flyer aushänden. Super. Ja, vielen Dank. Einen dritten Impuls, auch mit einer europäischen Perspektive, hören wir von Miriam Haug, die das Erasmus Plus Evaluate-Projekt vertritt und unter anderem Präsidentin von Eurocall ist, einer europäischen Vereinigung zum computergestützten Sprachenlernen. So habe ich es mir zumindest übersetzt. Ich hoffe, das stimmt. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ach, was bin ich froh. Ich komme nämlich, glaube ich, mit einer kleinen Lösung. Das wäre schön. Zeit oder Geld. Eine Idee, die innerhalb dieses Erasmus Plus Evaluate-Projekts ausprobiert wurde und es handelt sich dabei um die Idee des virtuellen Austausches. Ich selbst arbeite seit 25 Jahren an der britischen Open University. Ich bin also auch schon seit 25 Jahren weg und was Sie eben gerade beschrieben haben, trifft auch auf mich zu hier heute Morgen. Deswegen sage ich, ach, was bin ich froh. Ich habe, glaube ich, eine Lösung. Eine kleine. Und diese Lösung sitzt an der Schnittstelle von Digitalisierung, Internationalisierung und Diversifizierung. Bei dem Evaluate-Projekt, also da heißt es Evaluating and Upscaling Tele-Collaborative Teacher Education. Bis vor kurzem wurde noch der Begriff Tele-Kollaboration verwendet. Inzwischen spricht man wirklich immer mehr vom virtuellen Austausch. Und ich habe am Anfang auch einige Handouts hier verteilt. Ich habe noch mehr Material, wenn Sie daran interessiert sein sollten. Es ist eine European Policy Experimentation, wo wir zum ersten Mal Hochschulen und Ministerien gemeinsam in einem Konsortium haben. Aus Großbritannien, aus Deutschland, Ungarn, Italien, Portugal und Spanien auch dabei. Und wir haben die Auswirkungen des virtuellen Austauschs auf Studierende untersucht, Studierende, die in einem europäischen Land eine Lehrerausbildung absolvieren. Worum geht es? Wie sieht das aus? Die Studierendengruppen mit ihren verschiedenen kulturellen Hintergründen arbeiten über einen längeren Zeitraum, mindestens sechs, acht, zehn, manchmal auch zwölf Wochen zusammen, mit internationalen Partnerinnen im Rahmen einer interkulturellen Online-Kooperation. Dieser virtuelle Austausch ist ein integraler Bestandteil der Studiengänge dieser Studierenden und findet in Zusammenarbeit mit den Dozentinnen und Dozenten statt. Wie sieht das logistisch aus? Also die Lehrerausbilder aus den verschiedenen Ländern treten miteinander in Kontakt. Im Kontext des Evaluatsprojekts haben wir das organisiert. Es gibt aber diese unicollaboration.eu-Plattform, wo man Partner finden kann, unicollaboration.eu. Also diese Lehrerausbilder treten miteinander in Kontakt. Sie entwickeln einen gemeinsamen Lehrplan für den virtuellen Austausch ihrer Studierenden. Während des Semesters arbeiten die Studierenden beider Klassen gemeinsam online. Sie unterhalten sich über Themen mit Bezug zum Lehrplan und entwerfen zusammen Unterrichtsmaterialien und Aktivitäten. Die Zusammenarbeit findet sowohl asynchron, also über Chatforen und so, statt, aber auch vieles synchron über Audio-Video-Conferencing. Das heißt, die Technologie wird verwendet und erfahren während des Austauschs. Die Ausbilder sind dabei, also sie leiten das, sie stoßen das an, besonders die Synchronen treffen und sie helfen den Studierenden auch dabei, die Erfahrungen, die sie während des virtuellen Austauschs machen, zu reflektieren und auszuwerten. Aber sie ziehen sich eigentlich zunehmend zurück. Also klar, der Übergang von Lehrseits zu Lernseits. Vielen Dank für die beiden Konzepte, sehr hilfreich. Am Ende erhalten die Studierenden Credit Points für ihre Leistungen, also bewertet werden Portfolios, manchmal auch Essays, Präsentationen, die die Studierenden gemeinsam mit ihren Partnern vorbereiten und halten, und zwar sowohl online als auch offline. Und die Idee ist, nachdem sie dann selbst diese Erfahrungen des virtuellen Austauschs hatten, dass es ihnen dadurch leichter fällt, in der Zukunft das auch in ihre eigenen Unterrichtskonzepte mit ihren Schülerinnen und Schülern einzubauen. Wir nennen das Experiential Modeling oder Creative Modeling. Vorteile im Hinblick auf Digitalisierung, Internationalisierung und Diversifizierung der Curricula. Es handelt sich ja ganz klar um eine gemeinschaftliche Form des Lernens, bei denen sich die Studierenden regelmäßig mit Partnerinnen und Partnern aus anderen Ländern online austauschen. Also hier definitiv Lernseits. Der virtuelle Austausch ermöglicht es den angehenden Lehrkräften in einer offenen und integrativen Umgebung, eigene Erfahrungen mit Online-Kommunikation in verschiedenen Sprachen und mit anderen Lernenden zu machen. Und die Teilnehmenden werden dadurch auch ermutigt, offen und positiv mit Verschiedenheit und Anderssein umzugehen. Die Methode kann auch gut zur Vor- und Nachbereitung eines Auslandssemesters verwendet werden, später mit den Schülerinnen und auch mit den Studenten und eines Auslandsaufenthaltes. Und der virtuelle Austausch erleichtert es den angehenden Lehrerinnen und Lehrern, innovative Aktivitäten wie E-Twinning zum Beispiel später auch im eigenen Klassenzimmer einzusetzen. Es ist also Walking the Talk in jeder Hinsicht. Wir haben insgesamt, innerhalb des Projekts hatten wir 33 Virtual Exchanges, virtuelle Austausche. Insgesamt waren 52 Teacher Training Institutions beteiligt, fünf Ministerien und über 1.000 Studenten und Studentinnen haben die Erfahrung gemacht und sind jetzt unsere Multiplikatoren sozusagen. Wir schreiben gerade unseren Bericht, das Projekt läuft noch bis Sommer 2019. Wir haben eine Unmenge von Daten, wir haben natürlich auch sowohl qualitativ als auch quantitativ arbeiten müssen. Wenn Sie dazu gern mehr hören möchten, ich bin den ganzen Tag da. Vielleicht eine kleine Lösung des Problems. Vielen Dank. Vielen Dank. Als vierten Impuls möchte ich auf der Bühne begrüßen Jan-Florian Sievert. Er ist Lehrer an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum für Religion, Kunst und Projektlernen, Projektbasiertes Lernen. Er hat, glaube ich, auch sein Referendariat an der Schule gemacht und ist ja auch eine lustige Fächerkombination und ich freue mich so auf diesen Impuls aus der Praxis. Das ist ganz besonders. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich möchte dich hier gar nicht zur Seite drängen. Ich stelle mich einfach in die Mitte. Es gibt so viele wunderbare Innovationen und so viele gute Sachen, die unbedingt in die Schulen rein sollen. Und wir wissen aber auch aus der Erfahrung, letztendlich steht und fällt es mit der Lehrkraft und dieser Person, ob die es, ob diese Innovationen in die Schule bringt, in die Klassenräume bringt oder eben nicht. Ich würde mich ganz gerne einmal, ich würde ganz gerne einmal fragen, wer selber hier im Raum im Referendariat war. Um mal so eine Einschätzung zu haben. Okay. Das Referendariat. Das Referendariat an sich ist gut. Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu und vor allem sehr diverse Erfahrungen innerhalb dieser anderthalb Jahre. Und da steht und fällt vieles mit den Personen, die man dort trifft, mit den Fachseminarleitungen, mit den Personen, die einen da ausbilden. Ich möchte einen kurzen Einblick geben und versuchen, wie weit wir in diesem Referendariat, so aus meiner Erfahrung und so auch aus den Gesprächen, die ich mit Kommilitonen und Kommilitonen hatte, wie weit wir weg sind von all dem, was so wunderbar innovativ und was so wunderbar neu ist und sich eigentlich mit den Herausforderungen auseinandersetzen möchte, die wir gesellschaftlich haben. Im Referendariat Thema Digitalisierung ist, ich fange mal mit einem kleinen Zitat an. Das ging damals von meiner Seminarleitung aus und war mit Sicherheit total nett gemeint. Der Satz lautete, der Tageslichtprojektor, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, das ist das Mittel der Wahl. Und das war letztes Jahr. Und wir haben parallel auch irgendwie um Digitalisierung gekümmert und versucht, das irgendwie in den Unterricht zu bringen und überlegt, okay, wie kriegen wir das rein? Und sie hat wahrscheinlich recht, sie hat wahrscheinlich recht, weil einfach diese Tageslichtprojektoren immer noch Bestandteil vieler, vieler Schulen sind und durch die Gänge geschleppt werden und Folien ausgedruckt werden und das ist dann einfach so, weil wir eben auch wissen, wie schwierig das ist und dann setzt man sich mit den Smartboards auseinander und dann funktionieren die nicht, dann sind sie am Ende eigentlich nur noch bessere Beamer und so weiter und so fort. Also der Tageslichtprojektor. Und das war einfach so ein bisschen der Indikator zu merken, okay, mal zu gucken, was machen wir hier in diesen anderthalb Jahren eigentlich, wofür nutzen wir diese Zeit und wie gut kommen wir mit den Herausforderungen voran, die wir tatsächlich haben, weil das Referendariat eigentlich eine wunderbare Situation ist. Wir haben einen Raum, in dem 20 bis 30 junge Lehrkräfte sitzen, die Bock haben, die engagiert sind, die in ihre Schulen wollen und sich mit einer neuen Rolle konfrontiert sehen, sich mit der auseinandersetzen wollen und dann verpuffen diese Seminargespräche aber ganz oft in Sprachtheorien der 90er Jahre, in didaktische Konzepte und das ist alles gar nicht schlecht, aber es geht zu viel Zeit verloren und man fragt sich am Ende, was haben wir eigentlich gemacht, warum nutzen wir diese Ressource nicht mit 25 Lehrkräften aus unterschiedlichen Schulen hier in Berlin, mal zu gucken, okay, was brauchen wir wirklich und was können wir hier gemeinsam in diesem Raum tatsächlich voranbringen. Es gibt Leute, die das Referendariat abbrechen, was mir aus deren Position total nachvollziehbar ist, aber ich kann mir nicht erklären, warum das tatsächlich passiert und wie das passieren kann und da geht es um ganz praktische Sachen, da geht es um, eine Kommilitonin hat mir erzählt, sie hat keine Mentoren an der Schule und die Schulleitung kennt sie kaum, das heißt für sie war irgendwann die Zeit da zu sagen, ich breche hier ab, ich fühle mich in dieser Rolle nicht, ich komme mit diesem Rollenkonflikt, den ich dazwischen selber vor einer Klasse stehen und mich in einer neuen Rolle, in einer Verantwortungsrolle, vielleicht in einer Erwachsenenrolle nach dem Studium zum ersten Mal wiederfinden und gleichzeitig immer wieder in diese Schülerposition gedrängt zu werden. Diesen Konflikt, den halte ich nicht aus, es ist viel zu defizitär ausgerichtet, es geht immer darum, was mache ich eigentlich falsch. Es geht darum, 45 Minuten in eine Tabelle zu drücken, die eigentlich von kreativen Unterrichtsgestaltungen ausgeht und in trockenen Tabellen und minutiösen Planungen endet und da haben wir, glaube ich, einen ganz großen entscheidenden Punkt, den wir da einfach nicht wiederfinden, es wurde schon ganz oft gesagt, wie schwierig das ist für Lehrkräfte, von vornherein den Unterricht und das, was am Ende dabei rauskommt, abzugeben. Ich glaube, diesen Gap, den darf man nicht unterschätzen, weil wir innerhalb der Lehrkräfteausbildung eigentlich immer ganz oft darauf ausgerichtet sind, genau zu wissen, und zwar minutiös zu wissen, was am Ende dabei rumkommen soll. Und dann kann man darüber sprechen, warum das nicht so geklappt hat, aber eigentlich ist klar, wo läuft der Hase lang und wenn das nicht passiert, woran lag es. Aber wir haben nicht diese, es fehlt so diese Grundhaltung, diese Idee eigentlich tatsächlich von vornherein mit den Schülern partizipativ zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin, was kommt am Ende dabei raus. Das ist das eine. Ich arbeite seit einem Jahr an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Dort haben wir eine wunderbare Situation, in der wir sehr experimentell und mit vielen neuen Ideen in die Klassen gehen können und arbeiten uns aber in einem, also wir arbeiten vor allem in dem Spannungsfeld zwischen innovativen Ideen und wir wollen uns diesen Herausforderungen, diesen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und den staatlichen Abschlüssen und dem Abitur. Und das ist ein fieses Spannungsfeld. Das sind eigentlich zwei im Moment, das ist ein Kollege meint immer, das ist wie Links- und Rechtsverkehr. Das funktioniert für sich jeweils total gut, aber das zusammen in eine Schule zu bekommen, ist wahnsinnig schwierig, weil wir all das, was wir an Kompetenzen fördern wollen, an Selbstwirksamkeit der Schüler innerhalb der Projekten, die sie dann machen können, eigentlich nicht so richtig überprüfen können und dann wieder ganz schnell verfallen in Inhalte, die überprüft werden, Prüfungen, die abgenommen werden müssen, damit wir das staatliche Abitur und die anderen staatlichen Abschlüsse auch garantieren können, was wir auch wollen. Also diesen Gap, den bearbeiten wir da an der Schule. Ich finde sehr erfolgreich, auch immer wieder mit Widerständen, auch immer wieder mit Konflikten, wie man sie aus Kollegien kennt, keine Frage, aber da passiert eine ganze Menge und ist eine ganze Menge möglich für mich als Lehrkraft tatsächlich zu agieren. Parallel arbeite ich als Vertreter des Global Goals Curriculum Vereins. Wir haben uns gegründet vor zwei Jahren und arbeiten konkret an den Inhalten und mit den Inhalten der 17 Ziele, der Global Goals bis 2030 und wenn wir das alles mal mit reinnehmen, dann stellt sich diese Digitalisierungsfrage von einer ganz anderen Perspektive und wir merken, diese ganze Digitalisierung können wir nicht machen der Digitalisierung wegen, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts, iPads zu kaufen, wenn wir die Lehrkräfte nicht haben, die damit umgehen können und wenn wir sie nur brauchen, um irgendwie bei den Schülern eine Lust zu schicken, um bei Google zu recherchieren, sondern Digitalisierung und all diese digitalen Tools und Kompetenzen bringen uns eigentlich nur was, wenn sie uns gesellschaftlich was bringen, wenn sie uns bis, sagen wir mal, 2030, nehmen wir diese Ziele, bis 2030 tatsächlich gesellschaftlich voranbringen und wir diese digitalen Tools und diese digitalen Kompetenzen sinnvoll einsetzen können. Eine letzte Idee ist, die uns aufgekommen ist, wenn wir tatsächlich jetzt an dem Punkt sein können, Schule mal ganz neu zu denken und zu überlegen, okay, was für Schule, wir werden wahrscheinlich noch lange in den Schulgebäuden, das ist auch die Realität, wir werden lange noch in den Schulgebäuden sitzen, die wir im Moment bespielen und werden versuchen, damit arbeiten zu müssen, aber wieso schaffen wir es nicht, Schule tatsächlich mal grundlegend neu zu denken, mal nicht zu fragen, okay, wir müssten die Gebäude aussehen, in denen wir arbeiten wollen, sondern was wollen wir eigentlich spüren, wenn wir in so eine Schule kommen, was wollen wir eigentlich riechen, wie soll sich so eine Schule anfühlen, was wollen wir hören und mit welchen Sinnen wollen wir arbeiten, um dann herauszubekommen, okay, wie wollen wir eigentlich tatsächlich lernen, wie wollen wir, dass wir mit unseren Schülern und Schülerinnen gemeinsam lernen können und wie schaffen wir es durch dieses Lernen gemeinschaftlich, gesellschaftliche Herausforderungen tatsächlich effektiv und nicht nur theoretisch angehen zu können. Deswegen mein Appell abschließend, diese Zeit, die wir jetzt gerade haben und diese Gelegenheit, diese Herausforderung tatsächlich mal anzugehen und Schule komplett neu, gesellschaftlich komplett neu zu denken, das tatsächlich anzugehen und ich finde es cool, wenn wir es einfach mal machen. Vielen Dank, Florian Sievert. Ich wollte mich erst mal verteidigen, auch so typisch deutsch, für die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, diese Problemorientierung, die ich hier mit reingebracht habe mit den größten Herausforderungen, dabei habe ich gedacht, ich hätte das pädagogisch so schön verpackt und von Herausforderungen gesprochen, statt von Problemen. Aber knüpfen Sie doch daran an. Ich habe tatsächlich eine Frage, die ich aber dann im Anschluss stellen würde. Ich weiß nicht, funktioniert das? Ja, funktioniert, prima. Das hörte sich jetzt so ein bisschen muffig an, so das Referendariat. Also ich habe hier in Berlin auch Referendariat gemacht, 2002 bis 2004, ist schon noch eine Weile her und da war auch schon der Tageslichtprojektor das Medium der Wahl. Und da lacht man jetzt drüber, weil man sieht, wie viel weiter wir sein sollten. Da hat man auch damals schon drüber gelacht, weil es halt im internationalen Vergleich gab es auch schon die Smartboards. Und ich habe danach an einer internationalen Schule unterrichtet, die anders unterrichtet hat. Aber meine Erfahrung war da genau die, dass wir eigentlich mit dem Referendariat und der fest verankerten Orientierung auf didaktische Konzepte und das Ausprobieren neuer Konzepte im Unterricht einen riesen Wettbewerbsvorteil sozusagen haben. Denn in den Ländern, in denen die Didaktik nicht weiterentwickelt ist und das Wort nicht benutzt werden darf, weil das irgendwie einen ganz falschen Geschmack hat. Didaktik werden Sie nie hören. Im angloamerikanischen Bereich redet man davon nicht. Das ist irgendwie was ganz Seltsames. Aber wir machen das und viele nordeuropäische Länder machen das auch. Und wir haben Konzepte und wir haben Ideen. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke. Und was wir eigentlich machen müssten, ist zu überlegen, kann man diese Konzepte in einem digitalen Zeitalter nicht noch verbessern? Und wenn Sie mal von der Seite herangucken, der Tageslichtprojektor, der kann viele coole Sachen machen. Man kann ihn aber auch missbrauchen, um Präsentationen zu zeigen, so wie andere Leute das mit ihrem Projektor machen und PowerPoint. Das tun wir aber nicht. Denn wir lassen die Schüler selber auf Folien was schreiben und wir lassen sie erst zusammenstellen und so weiter und so fort. Und das sind Methoden des digitalen Zeitalters. Und die müssen wir verstärken. Und wenn wir den Tageslichtprojektor und unsere Stationen lernen und unsere bunten Kärtchen und die Pinnwände auf diese Art und Weise einsetzen, dann brauchen wir gar keine Tablets. Und dann reicht es auch, wenn wir uns mal umgucken, ob man nicht mit einfachen Lösungen wie Plickers zum Beispiel digitale Methoden reinbringen kann, die gar keine Tools, gar keine Zeit und gar keine Finanzierung erfordern. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir in Ruhe uns weiterentwickeln und abwarten, bis dann irgendwann die Finanzierung da ist und man das Ganze noch schöner machen kann, noch bunter. Und das ist halt der Clou, der halt bei den Tablets rüberkommt, das mögen die Schülerinnen und Schüler so gern. Mein Sohn hat jetzt letzte Woche ein Tablet gekriegt und da hat er gleich am zweiten Tag einen Kahoot erstellen wollen. Das ist etwas, was die Schülerinnen und Schüler mit Bildung in Verbindung setzt, was sie toll finden und wo sie zum ersten Mal dröge Fächer auch als etwas Spannendes empfinden können. Und das können wir vielleicht nicht komplett mit dem Tageslichtprojektor erreichen. Aber andere Sachen können wir erreichen. Und die lernseitige Haltung sozusagen, die Michael Schratz angemahnt hatte, ist ja auch nicht abhängig von der Medienwahl. Kann vielleicht unterstützt werden, aber ist erstmal sozusagen unabhängig davon ja auch zu sehen. Ich hänge noch so ein bisschen bei dem Vortrag von Michael Schratz bei den drei Bildern, die er gezeigt hatte. Irgendwie Schule vor 100 Jahren, Schule vor 50 Jahren, Schule heute mit den Laptops und nichts hat sich verändert. Das ist ein polemisches Bild, auch ein bisschen unfair vielleicht. Gleichzeitig ist meine Befürchtung, wenn ich in Schulen gehe oder auch auf Bildungsmessen unterwegs bin, dass wir tatsächlich eher mit der Einführung digitaler Medien einen didaktischen, methodischen Rückschritt auch erleben. Also dass Dinge, die schon erreicht wurden vielleicht im didaktischen, methodischen Umgang miteinander, dass die jetzt dadurch, dass es eine Tablet-Klasse gibt, dass es eine Laptop-Klasse gibt, also schon das Wort ist ja auch interessant, aber dass es eher wieder sozusagen hin zu einer lehrerzentrierten, zum lehrseitigen Arrangement zurückgeht. Würden Sie das auch so wahrnehmen? Und wenn ja, was kann man daran ändern? Funktioniert es? Ja. Also es ist ganz klar, die Technologien müssen verwendet werden, um was zu ermöglichen, was anders nicht stattfinden könnte im Lern- und Lehrprozess. Deswegen auch die Idee, dass man die grenzüberschreitend mit anderen Lernern und Lernerinnen in anderen Teilen der Welt zusammenbringt und an Projekten arbeiten lässt. Also jetzt nicht nur in der Lehrerausbildung, wie ich das gesagt hatte, sondern auch später im Klassenzimmer. Was Sie beschreiben, passiert, wenn man genau das macht, was man früher gemacht hat, nur dass man jetzt was anderes in der Hand hält. Das muss also auf alle Fälle vermieden werden. Vielen Dank für den Einwand. Ich habe überhaupt nichts gegen Tageslichtprojektoren. Wir hatten sogar extra ein Projekt, in dem wir im Kontext Digitalisierung explizit nur mit Tageslichtprojektoren gearbeitet haben, um genau diesen Effekt zu haben, um nämlich zu sehen, okay, es liegt auf gar keinen Fall an den Medien und es kann es auch gar nicht liegen, weil die Medien so wahnsinnig temporär sind. Wir wissen gar nicht, ob wir in fünf Jahren noch mit den Handys und Smartboards arbeiten. Ich glaube, die Smartboards sind nicht die beste Erfindung für die Klassenräume. Oder sind es Uhren oder gucken unsere Schüler demnächst durch Brillen und sehen da ihre Informationen. Also das kann ja alles passieren. Das heißt, dieses tatsächlich, worum geht es am Ende, herauszubekommen. Und da hatten wir ein schönes Projekt mit Schülern und die haben herausbekommen, es geht eben genau nicht um diese Geräte, sondern es geht vielmehr darum, wie gehen wir mit Informationen um, unabhängig davon, wo diese Informationen herkommen. Wie verhandeln wir richtige und wahre Informationen? Wie können wir darüber diskutieren? Ein ganz großer, wichtiger Beitrag, glaube ich, auch zur Demokratisierung innerhalb von Schulklassen. Deswegen, genau. Also ja, also vielleicht noch, ich finde das immer erstaunlich, dass wir, obwohl wir das alle wissen, jedes Mal auf diesen Podiumsdiskussionen nochmal sagen, das geht nicht um die Medien, sondern um den Inhalt und das Lernen eigentlich. Also irgendwie müssen wir uns darüber ja offensichtlich trotz allem immer nochmal wieder selbst vergewissern, obwohl alle, die wir mit Pädagogik und Schule haben, natürlich immer vom Schüler, vom Lernen, vom Inhalt, von dem, wo er sich hin entwickeln kann und soll, ausgehen. Also ich würde aber einer Sache widersprechen. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, Medien dann einzusetzen oder digitale Medien, wenn sie einen Mehrwert bringen. Also ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da war Andreas Breiter und der eröffnete seinen Vortrag mit dem Satz, die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Sie geht nicht mehr weg. Und wir behandeln sie aber immer noch in den Schulen so, als wäre das irgendwie sowas, das ist jetzt mal so für eine Weile da und dann muss man da einmal auch ein bisschen Geld und Energie reinstecken und dann kommt wieder das Nächste. Aber so ist es ja nicht. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns in der Schule an allen Stellen mit Digitalisierung auseinandersetzen müssen, dass es nicht nur darum geht, die Punkte zu finden, wo digitale Medien irgendwas besser können als andere Medien, aber dass wir natürlich uns auch die Frage stellen, an welchen Stellen haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume. Und jetzt ein Satz noch zu Vincents Frage, ist die Lehrer, also kommen wir wieder zu so klassischeren, lehrerzentrierteren Modellen. Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, Smartboards wurden schon angesprochen, ein sehr zentriertes Medium, wo immer nur einer dran arbeiten kann. Ich sehe das auch bei Flipped Classroom, ehrlich gesagt, weil auch da macht der Schüler zwar zu Hause den Wissenserwerb, aber er macht ihn ja häufig eben nicht frei und selbst gesteuert, sondern er soll sich irgendwas angucken, was der Lehrer für ihn vorbereitet hat. Und ich sehe es auch ein Stück weit, da kommen wir vielleicht noch zu, beim individualisierten Lernen, wo über Lernprogramme sozusagen sehr stark gesteuert wird, was und wie der Schüler irgendwas lernt. Und wo es eben auch häufig, also man sich zumindest fragen muss, inwiefern geht das jetzt hier noch darum, dass der Schüler seinen eigenen oder die Schülerin in ihren eigenen Interessen folgend sich, was er arbeitet, oder inwiefern determiniert hier nicht ein Lernprogramm, was und wie Wissen erworben wird. Was passiert mit dem Ownership für den Lernprozess? Ganz genau. Ja, ich wollte widersprechen an dem Punkt, wo Sie sagten, es soll nicht nur dann eingesetzt werden, wenn es einen Mehrwert gibt. Meiner Ansicht nach sollten digitale Medien in der Tat nur eingesetzt werden mit Mehrwert. Und nicht, um zu ersetzen. Und ich sehe in vielen Debatten noch so, als würden wir darum reden, was ist der Vorteil des Whiteboard gegenüber der normalen Tafel. Der Vorteil ist, dass ich nicht mehr Kreide an meiner Hose habe. Dafür habe ich aber bunte Finger. Das ist aber nicht, worüber wir bei der Digitalisierung reden. Es ist nicht ein Wechsel von einem Medium, einem Gerät, zu einem anderen Gerät. Und das ist, was mich so ein bisschen in der Debatte stört, weil natürlich es menschlich ist, zuerst einmal auf die Geräte zu gucken. Auf das, was sich ändert im Klassenzimmer. Aber was wir natürlich, und deswegen ist es vollkommen richtig, die Digitalisierung bleibt. Aber was heißt es, dass die Digitalisierung bleibt? Das heißt, wir haben andere Formen der Zusammenarbeit. Überall in der Gesellschaft. Wir haben andere Formen der Kommunikation. Und zwar nicht nur, dass wir Synchron und Asynchron haben, sondern auf einmal reden wir auch auf andere Weisen miteinander. Und wir müssen Höflichkeit neu erlernen zum Beispiel. Diese Aspekte des gesellschaftlichen Wandels bleiben. Und es bleibt eben auch, dass wir, wenn man jetzt mal ein bisschen die Digitalisierung so ein bisschen aus den Augen nimmt, wir leben in einer Gesellschaft, wo dieses Modell, das vorne einer steht und die anderen hören zu, nicht mehr klappt. Und das klappt auch deswegen nicht, weil die nicht so lange zuhören können. Das klappt auch nicht, weil die so unterschiedlich sind. Die sind viel unterschiedlicher als das klassische industrielle Schulmodell an. Und die sind auch nicht mehr so höflich. Die sitzen da nicht brav, einige Stunden am Stück und sagen nichts. Und das ist gut so. Wir wollen ja nicht zurück in eine solche Gesellschaft. Nur müssen wir dann eben auch anders unterrichten. Wir reden anders miteinander, wir gehen anders miteinander um. Also muss Schule das reflektieren. Und da sind digitale Medien halt ein Medium der Wahl, um das zu ermöglichen, dass ich halt das aufbrechen kann, dass ich in kleinen Gruppen arbeiten kann, dass ein paar woanders arbeiten und ihre Gruppenarbeit in einem Tablet festhalten oder so, dass ich da eben nichts anderes zur Verfügung stellen muss. Das ist mehr so, das Potenzial, was ich sehe. Und ganz kurz noch, ich weiß nicht, ich bin zu lang. Warum heißt das Ding Flipped Classroom? Und warum finden wir keine Entsprechung im Deutschen? Weil das in der internationalen Diskussion ein ganz, ganz innovatives Konzept ist. Für uns ist das ein komplett alter Schuh. Natürlich macht man im Unterricht nicht eine Vorlesung und zu Hause machen Sie die Hausaufgaben und rechnen die Aufgabe durch. Natürlich nicht. Unser Unterricht ist immer eine Kombination aus Input, Erarbeitungsphase. Wir haben das alles organisiert. Wir brauchen so ein Modell nicht. Für uns heißt das Modell nur, aha, ich kann eine andere Art von Hausaufgabe geben. Und wenn ich eine andere Art von Hausaufgabe gebe, muss ich die auch anders wieder in den Unterricht aufnehmen. Ich muss mir also ein bisschen andere Überlegungen machen. Das ist für uns ein kleiner Sprung. Ja, ich wollte noch ganz kurz auch sagen, es geht ja auch, wir sagen in England, informed opting in and informed opting out. Und dazu muss man Kompetenzen entwickeln, ich nenne die Multimodal Competences, von denen digitale Kompetenz eine ist. Also es ist durchaus auch wichtig, manchmal zu sagen, dafür eignet sich, der Gebrauch von Technologie nicht. Also nehmen, machen wir es so, wie wir es vorher auch gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass das Digitale wieder weggeht, auf gar keinen Fall. Aber informed opting out ist genauso wichtig wie informed opting in. Es ist eine Debatte, glaube ich, auf zwei unterschiedlichen Ebenen, was den didaktischen Einsatz oder die Potenziale von digitalen Medien in der Vermittlung angeht, der Gestaltung von Lernprozessen angeht. Aber zum anderen auch das Lernen eben in einer, es ist ja nicht so, dass wir Schülerinnen und Schüler vorbereiten auf eine Welt, die irgendwann später kommt. Die sind ja schon längst in dieser Welt mit den ganzen Komplexitäten und Ungewissheiten, die das mit sich bringt. Und das stellt natürlich auch ganz neue Fragen. Woran ich gerade denken musste zum Thema Konzentration, wir waren letzte Woche in der Schule in der Niederlande, Brennpunktschule, durchdigitalisiert. Wir sind da reingekommen, es war mucksmäuschenstill, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Er war Lesestunde. Da haben alle Schülerinnen und Schüler in allen Räumen, wir hatten ein Lernfelderkonzept, in allen Räumen überall gesessen mit analogen Büchern und jeder hat ein Buch gelesen. Und es war komplett respektiert, dass es dort wirklich eine konzentrierte Stille geben musste. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich glaube, das ist auch ein Umgang sozusagen mit der zunehmend digitalisierten Welt und auch vielleicht ein Umgang mit der zunehmend sinkenden Konzentrationsspanne. Ich wollte nochmal auf eine andere Frage weiterleiten sozusagen. Wir haben das immer wieder gestreift, Frau Schaumburg hat das geschreift in ihrem Impuls, Michael Schratz. Das ist auch eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Mal schauen, ob wir hier zusammen vielleicht uns eine Antwort annähern. Was passiert in einer zunehmend digitalen Welt, auch mit zunehmend sozusagen offenen Lernherausforderungen, vor der wir stehen, mit den alten, in Anführungszeichen, alten klassischen Fächeraufteilungen, mit den alten Fachlichkeiten. Es ist ja sicherlich so, dass um diese digitalisierte Welt zu verstehen, Fachlichkeit wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist als vieles andere. Aber gleichzeitig, und das sind ja nicht nur jetzt die Themen, die von Arbeitgeberseite oder von der Politik auf die Schulen sozusagen zukommen, sprechen wir auch von immer neuen sozusagen Dingen, die in der Schule erlernt werden müssten, die vermittelt werden müssen. Es gibt die digitalen Kompetenzen und so weiter. Und ich frage mich, Frau Schaumburg hatte ja auch gesagt, wie funktioniert das, wenn man sagt, das ist ein sozusagen Querschnittsthema, es wird überall vermittelt, was dann passiert ist, dass es leicht hinten runterfällt. Bräuchten wir nicht ganz neue Zeiten, auch ganz neues Verständnis von Fachlichkeit in Schule? Und wie könnte das aussehen? Ein Vorschlag, und damit komme ich vielleicht ganz kurz zu dem projektbasierten Lernen, was du auch am Anfang angekündigt hattest, eine Idee tatsächlich, diese Fächer wirklich grundlegend in Frage zu stellen, ohne die Fachexperten und Expertinnen in Frage zu stellen. Also wir als Lehrkräfte werden ja auch ausgebildet, weil wir das, was wir tun, gerne tun, weil wir uns da auskennen und weil wir auch gerne Experten innerhalb dessen bleiben. Wir werden gerne gefragt, innerhalb der Fächer, weil wir die meiste Ahnung in diesem Fach, in dieser Schule haben. So zumindest ganz oft die Haltung. Tatsächlich aber die Idee vom projektbasierten Lernen ausgehen, zu gucken, okay, welches Problem, welche Herausforderungen wollen wir uns angucken und welche Expertisen brauchen wir als Schüler dazu? Also Fächer, wir haben es jetzt ganz konkret, Demokratie und Diktatur, großes Thema, Jahrgang 10, Curriculum, Fächer, Kunst, Religion, Geschichte. So, aus diesen drei Expertisen suchen wir uns jeweils die Leute raus, suchen das zusammen und arbeiten dann in eigenen Schwerpunkten, losgelöst von den Fächern, aber immer noch in Anbindung an deren Kompetenzcurricula und inhaltlichen Expertisen an diesen Problemen. Ja, also ich kann da jetzt auch nur sagen, das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Also ich auch mal so ein Beispiel aus dem Privaten, mein Sohn, der macht jetzt nächstes Jahr die MSA-Prüfung und wir sind gerade dabei zu überlegen, was könnte er da für ein Thema machen und egal welches Thema uns so in den Sinn kommt, was mal spannend wäre, sei es Bienensterben, sei es wie Haifische irgendwie, also wie aggressiv sind Haifische oder so, man ist immer ziemlich schnell bei irgendwas, was sich nicht nur aus der Disziplin eines Faches beantworten lässt, vernünftig. Das heißt, natürlich sind unsere Lebensweltprobleme immer nicht in so disziplinären Schranken zu denken und zu lösen. Dennoch frage ich mich so ein bisschen, ob nicht, also um das, also um eine Grundlage zu erwerben, sich überhaupt diesen Problemen anzunähern, so eine disziplinäre Trennung auch hilfreich sein kann. Also wenn ich sofort immer mit der Komplexität einsteige, ja, also wird es mir dann eher gelingen, die Grundlagen dafür zu haben, alle Probleme zu lösen oder ist das nicht doch gut, so einige fachliche Grundlagen eben einfach doch in dieser Fächertrennung erstmal zu erwerben, weil das die ganze Sache eben auch so ein bisschen entkompliziert für die Schülerinnen und Schüler. Ich würde mich ja sehr interessieren mit dem DIC-Komp-EDO-Framework sozusagen. Ich bin lernfähig. Das ist ja auch ein Versuch, Schulen ein Instrument mit an die Hand zu geben, sozusagen, und das gibt es ja auch auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen, jetzt in Bezug auf die Lehrpersonen, sozusagen das Thema wirklich als Querschnittsthema auch anzugehen und sozusagen zu verinnerlichen in gewisser Weise, egal ob ich jetzt Lehrer für das Fach A oder Fach B bin. Wie sind da Ihre Erfahrungen, auch international vielleicht? Gibt es da was, wo wir lernen könnten? Ja, Erfahrungen haben wir mit dem DIC-Komp-EDO noch nicht so viele gesammelt, weil er halt letztes Jahr erst veröffentlicht wurde. Aber wir sehen halt, und das ist nicht nur beim DIC-Komp-EDO, das ist uns schon beim DIC-Komp passiert, das ist der Kompetenzrahmen für die digitale Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist uns auch schon beim DIC-Komp-Org passiert, den keiner von Ihnen mehr kennen muss, denn jetzt kennt man stattdessen das Selfie-Tool, dass halt diese Modelle, die wir erarbeiten, irgendwie operationalisiert werden müssen. Und eigentlich ist die Theorie die, dass wir die Modelle zur Verfügung stellen und die Mitgliedstaaten setzen die dann in Gesetzgebung um. Und das passiert auch, das ist mit dem DIC-Komp passiert, wenn Sie mal die Kultusministerkonferenz, Strategiepapier, wenn Sie das mal lesen, da finden Sie also 90% DIC-Komp wieder. Und das ist sehr, sehr schön. Aber wir haben halt schon mit Ländern, die noch schneller reagiert haben, gesehen, dass dann trotzdem nicht so viel runterbröckelt auf die Ebene, die wir eigentlich erreichen wollen. Und das sind die, tatsächlich diejenigen, die Bildung machen. Deswegen haben wir jetzt eine neue Strategie sozusagen entwickelt, auch auf europäischer Ebene Instrumente zur Verfügung zu stellen. Und eins, was wir jetzt im Oktober launchen werden, das ist das Selfie-Tool, was als Schulen einlädt, ihre digitale Kompetenz zu reflektieren. Das sind drei Sets von Fragebogen für Lehrer, für die Schulleitung und für Schülerinnen und Schüler. Und nachher bekommt man automatisch, ich habe Lehrer gesagt, das mit dem Gendern, das finde ich ganz, ganz schlimm. Also Lehrkräfte, Lehrkräfte meinte ich natürlich, Entschuldigung, ich richte mich an die Damen unter Ihnen, ich hoffe, Sie fühlen sich nicht zurückgesetzt. Für Lehrkräfte, die Schulleitung und Schülerinnen und Schüler. und der Input in diese Fragebögen wird dann als Schulreport an die Schule zurückgegeben. Die Schule kann also sehen in jedem Bereich, für jeden Indikator, wie schätzen uns die verschiedenen Nutzergruppen ein. Und die Idee dabei ist nicht, dass man stolz auf sich ist oder ein Zertifikat runterlädt. Nein, die Idee dabei ist, dass man sich das gemeinsam anguckt. Denn diese, hängt das da noch? Nein. Die Kooperation, die Vernetzung ist eine ganz wichtige Sache, die uns noch fehlt. Diese Strukturen haben wir noch nicht. Sowohl auf Schulebene als auch darüber hinweg. Und Selfie richtet sich an die Schulebene zu sagen, setzt euch doch mal zusammen als Lehrer mit den Schülern, mit den Eltern. Guckt euch das an und sagt, okay, da sind wir eigentlich schon ganz stark und für unser nächstes Jahr der digitalen Strategie möchten wir uns gerne auf das Folgende konzentrieren, denn da sehen wir Defizite. Und genauso machen wir das mit dem Tool, das wird auf dem Plakat vorgestellt, was wir in der Erprobungsphase haben für die Compedo, wo wir halt Lehrende an Hochschulen, Lehrende in der Erwachsenenbildung und Lehrkräfte in Schulen einladen, sich selber einfach mal einzuschätzen. Als Idee für Sie, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nicht um stolz auf sich zu sein, was Sie auch sein dürfen. Wenn Sie das gemacht haben, dürfen Sie auch stolz auf sich sein, sondern einfach um zu verstehen, was gehört eigentlich zu meiner digitalen Kompetenz und in welchen Bereichen stehe ich eigentlich schon, ohne dass ich es wusste, ganz gut da und in welchen Bereichen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und sollte vielleicht mal damit anfangen. Und da würden wir Sie sehr gerne einladen, dass Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu kriegen, das Tool auszuprobieren, denn auf der Basis des Feedbacks, was wir jetzt kriegen, machen wir das besser und nächstes Jahr hoffen wir dann auch, es so groß wie Selfie allen zur Verfügung zu stellen. Super, spannend. Ich schaue in die Runde. Gibt es von Ihrer Seite aus noch eine Frage? Wir reden hier so gemütlich oben, aber wir wollen ja auch ein bisschen interaktiv sein. Nach der Pause wird es dann ganz interaktiv. Vielleicht hier der Herr und dann der und Herr und hier, vielleicht machen wir die drei Fragen zusammen und dann hier eine Abschlussrunde, weil mit Blick auf die Uhr müssen wir dann auch, glaube ich, ja. Ja, Sebastian, Sebastian Schädler, ich habe hier in Berlin eine Professur für Medienpädagogik an der Fachhochschule, Studiengang Sozialarbeit. Ich komme über die Schulsozialarbeit ins Schulsystem rein. Ich hätte gerne eine Frage zum, aus meiner Sicht eigentlichen Thema des Podiums und das ist aber jetzt ein bisschen eine Kritik am bisherigen Gesprächsverlauf, weil Sie reden eigentlich überwiegend über Digitalisierung und kommen dann aufs Schulsystem und nicht aufs Ausbildungssystem. Deshalb würde ich gerne noch etwas ansprechen zum Thema Ausbildungssystem und meine These wäre, ich habe gleich die Frage dazu, dass die Hauptbremse im Ausbildungssystem eigentlich der Berufsstand als Struktur der Professorinnen und der Professorin ist, weil genau da sozusagen berufssoziologisch von der Struktur her genau das nie passiert, worüber wir reden, Kollaboration, fachübergreifendes Denken, Praxisnähe und so weiter. Es wird auch sozusagen strukturell nicht honoriert, weil eben alles in Richtung Forschung geht, nicht in Richtung Lehre, nicht in Richtung Praxis und mein Vorschlag ist, weil man kann sich etwas wünschen und das geht jetzt auch in Richtung Zeit und Geld, es gibt ja Sabbatical-Forschungssemester, wo sozusagen Professoren freigestellt werden, um überwiegend Forschung zu praktizieren. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass es in der gleichen Struktur Zeit und Geld gibt, also eine Freistellung für ein Semester, für alle Professuren, die in der Lehramtsausbildung sind, dass sie ein Semester lang einfach mal nur zuhören. 15 Wochen lang, 15 Schulen besuchen, dürfen sich einfach nur reinsetzen und zugucken. Fragen sich stellen lassen, auf die sie so nicht gekommen wären, das wäre Zeit und Geld, da würde aus meiner Sicht sehr viel passieren, was Praxisnähe, Kollaboration und so weiter beschleunigen könnte und das wäre meine Frage, ob da jemand auf dem Podium dem zustimmt. Ja, mein Name ist Thomas Koch, ich habe eigentlich nur eine Anmerkung und eigentlich zwei und zwar, ich bin in der zweiten Phase der Lehrerbildung hier in Berlin, tätig als Seminarleiter und ich wollte nur darauf hinweisen, dass es das, was Sie gesagt haben, Frau Schaumburg, eigentlich schon gibt, es gibt in Berlin den Rat für digitale Bildung mit Vertretungen aus allen drei Universitäten, der zweiten Phase und der dritten Phase der Bildung, die sich darum kümmern, genau um das, was Sie angemahnt haben, zu Recht angemahnt haben, eine Vernetzung zu haben, was soll eigentlich wann gelernt werden für Lehrer, die Lehrer werden wollen, die Lehrer sind und das gibt es bereits. Jedenfalls hier in Berlin und ich glaube, Berlin ist auch, soweit ich weiß, das einzige Bundesland, das soweit gegangen ist. Herr Sievers, an Sie noch einen Kommentar, ich kann Sie sehr gut verstehen, ich bin ja selber Seminarleiter und es hält mir manchmal durchaus schwer, genau abzuschätzen, weil meine Referendare manchmal viel mehr wissen als ich selber in der Frage, wie kann ich digital bilden. Wir haben darauf reagiert, auch hier in Berlin, es gibt eine Arbeitsgruppe, die genau dieses angreift, wir haben modularisiertes System hier in Berlin in der zweiten Phase und das nämlich genau jetzt sich überlegt, wie können wir hier in Berlin die digitale Bildung für Referendare stärken, sodass das, was Sie jetzt erlebt haben, möglichst die Vergangenheit angehört. Vielen Dank. Guten Tag, Alexander Schwedt, auch aus Berlin. Ich habe einen sehr breiten Hintergrund, habe unter anderem auch in der ESBZ Erfahrungen sammeln dürfen als Schulbegleiter, weil ich nämlich ziemlich spät angefangen habe, Psychologie zu studieren und habe früher bei Siemens als Vermittler zwischen Anwendern und den Informatik-Spezialisten gearbeitet, zehn Jahre lang ungefähr. Also ich nehme für mich in Anspruch, dass ich einen guten Überblick habe oder Einblick in das Schulsystem und möchte mich da deswegen gerne zukünftig auch weiter einbringen. Mein Gedanke, meine Idee und da interessiert mich, was Sie im Podium davon halten ist, ich würde Schülern von vornherein zubelegen, dass sie selber entscheiden dürfen und auch sollen und dann begleitet werden durch die Lehrkräfte, übrigens Schülerinnen und Schüler natürlich, welches Medium Sie für Ihre Arbeit in dem jeweiligen Setting benutzen, also dass Sie selber entscheiden können, ob Sie Paper, Pencil benutzen, ob Sie ein digitales Endgerät, Tablet oder Notebook, wenn es denn zur Verfügung steht, benutzen oder auch den Overhead-Projektor und ja, diese Freizügigkeit würde ich den Schülern so früh wie möglich geben und das finde ich ist Aufgabe der zukünftigen Lehrkräfte, die jungen Menschen dabei zu begleiten, dass sie das vielleicht auch korrigierend eingreifen, dass sie da eine sinnvolle Wahl treffen, auch abhängig von ihrer eigenen Individualität, ja, da interessiert mich Ihre Meinung. Vielen Dank für diese Anmerkungen und Fragen und ich würde den Impuls gerne aufnehmen, jetzt in der Abschlussrunde nochmal die Frage stellen, was bedeutet das denn für das Ausbildungs- und für das Weiterbildungssystem für Lehrkräfte, was wir diskutiert haben und konkreter Vorschlag, Sabbatical, um sozusagen Schulen, die in Entwicklung begriffen sind, zu besuchen, Erfahrungen zu sammeln, wäre das, was helfen könnte. Ja, Sebastian, ich stimme dir natürlich voll zu, ich würde das nur gerne erweitern auf nicht nur die Professorinnen und Professoren, sondern auch der akademische Mittelbau sollte genauso eine Möglichkeit bekommen, ein Freisemester zu nehmen, um eben einerseits sich selber fortzubilden, Praxiskontakte aufzubauen und eben genau das zu machen, was du angemahnt hast. Also finde ich, einen sehr guten Vorschlag, sollten wir weiter dranbleiben, das durchzusetzen. Zu dem Gesprächskreis, ja, ist mir bekannt, dass es den gibt. Ich muss aber sagen, so fürchterlich viel ist davon eben noch nicht an der Basis angekommen. Ich frage mich auch so ein bisschen, welches Mandat diese Kreise dann immer haben, tatsächlich irgendwas vorzugeben, was dann auch umgesetzt wird. Also wie weit dann tatsächlich das, was da, ich sage mal, abgesprochen wird, dann auch wirklich durchsickert bis in die unteren Ebenen und würde eben nach wie vor kritisieren, da sind wir noch nicht und ich habe manchmal Zweifel, dass das schnell genug geht, so alles und ob das reicht. Und ja, letzter Punkt, den Schülern freistellen, selbstverständlich. Dazu vielleicht eine Anmerkung, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Also Schule ist aber ja auch gerade dafür da, Schülerinnen und Schülern Zugänge zu eröffnen, zu Dingen, die sie von sich aus eben nicht tun würden oder anfangen würden. Also insofern, klar, alle medienpädagogischen neueren Modelle sagen das auch, dass wir also sozusagen im Medienverbund ein Angebot machen und den Schülern immer mehrere Zugänge geben. Gleichzeitig glaube ich schon, dass sowohl im Digitalen wie im Nicht-Digitalen die Aufgabe der Schule eben auch ist, Medien überhaupt aufzuschließen, sage ich jetzt mal. Und damit meine ich die Analogen genauso wie die Digitalen. Was die Lehre, Ausbildung und Weiterbildung angeht, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann man tausend verschiedene Sachen machen. Aber was man halt im Auge halten sollte, ist, warum macht man das und was ist das Ziel? Und ein großes Problem, was ich halt sehe, und ich glaube, deswegen wollen Sie auch das Sabbatical haben, ist, dass wir auch da noch das Modell desjenigen haben, der das Fachwissen hat und es nur vermittelt. Dass sich also der andere passiv empfängt, was der Professor als Wissensvorsprung hat. Und das Modell funktioniert an der Hochschule nicht, das funktioniert auch an der Schule nicht mehr. Wir leben in anderen Strukturen. Wir leben heutzutage in Strukturen, wo wir Wissen austauschen. Der eine weiß ein bisschen was davon und der andere davon und der nächste interessiert sich für was. Und zusammen, wenn wir es zusammenbringen, dann generieren wir was Neues. Und mit digitalen Medien können wir auch leicht dieses Neue, was generiert wird in diesen informellen oder formalen Foren auch an Multiplikatoren weitergeben. Das können wir veröffentlichen, das können wir einbauen und das sind die Chancen, die wir nutzen müssen. Da können Sie jetzt so ein Modell machen, ein anderes Modell. Da kann man viel experimentieren. Aber was das Wichtige ist, dass wir das durchbrechen, diese Hierarchie, die wir immer noch im Bildungssystem haben, dass auch Professoren offen sind für den Input von Leuten, die gar nicht qualifiziert sind. Dass halt Leute von der Kommission wie ich sich hier hinstellen und auf Augenhöhe nicht nur mit den Experten hier vorne, sondern auch mit Ihnen da unten. Und gestern hatte ich eine Schülerin im Podium, habe ich mich nachher nicht mit der Schülerin unterhalten. Das ist etwas, was heutzutage normal ist und wo ich in manchen Bereichen nicht mehr Experte bin als mein Gegenüber. Im Gegenteil, ich lerne unglaublich viel und das ist das, was ich auch möchte. Ich gehe in das Gespräch, weil ich lernen will, nicht weil ich senden will. Wir sind immer noch in einer Gesellschaft, wo wir senden wollen. Wir stehen hier und wollen Ihnen was... Nein, das ist falsch. Wir sollten uns zusammensetzen und zuhören. Wir müssen das Zuhören neu lernen und wir müssen Foren und Mechanismen finden, um das zu tun. Und so ein Sabbatical kann ein Element sein, aber wenn das nicht eingebettet ist in so etwas, denke ich, dass sich auch ganz schnell leerlaufen wird. Muss auch nicht unbedingt ein Sabbatical sein, man kann da auch anders Raum für schaffen. Ein Beispiel ist ein Kollege von der PH, Professor Andreas Müller-Hartmann in Heidelberg, der zum Beispiel in diesem Konsortium mitmacht, von diesem Evaluate-Projekt. Also da gibt es schon Beispiele. Ausprobieren. Man muss ausprobieren, man muss ein bisschen mutiger sein, Risk-Taking und so Sachen wie das, was ich vorgestellt habe, einfach mal machen. Einfach mal machen, ausprobieren, wie fühlt sich das an. Vielleicht ist man ja ganz davon überrascht, was man dabei alles lernen kann. Und wenn das hier auf offene Ohren stößt, es gibt ein Nachfolgeprojekt Evolve, das läuft jetzt im Oktober an, wenn Sie das selbst gern mal ausprobieren möchten, diesen Virtual Exchange oder wenn Sie mit Studierenden Kontakt haben, die das vielleicht ausprobieren möchten, während Sie in der Ausbildung sind. Bitte wenden Sie sich an mich. Man kann das nur für sich herausfinden, ob man dadurch sich die Kompetenzen aneignen kann, die man braucht und die man dann später auch weitervermitteln möchte, indem man Walking the Talk Ja, ich weiß auch nicht. Das sind so schöne große Fragen und ich glaube, wir können da noch ewig drüber reden. Was ich da so gut drin finde, ist diese Idee der Professoren und was die Professorinnen machen, das kann man ja gut ausweiten, auch dann eben, was in den Seminaren passiert, was die Fachseminarleiter, Seminarleiterinnen machen, tatsächlich diese Vorbildfunktion, glaube ich, ernst zu nehmen, tatsächlich das auch vorzuleben, was wir selber von unseren Schülern erwarten. Also sowohl die Lehrkräfte in den Schulen als auch die Auszubildenden in dem Referendariat als auch natürlich dann eben die Auszubildenden an den Universitäten. Das vorzuleben und allen zu zeigen, das, was ich da mache, was ich vermitteln möchte und was ich bei euch eigentlich fordere, das nehme ich selber ernst. Dann kommen wir nicht in diese Situation mit, wir reden über Nachhaltigkeitsziele und laufen dabei mit unseren Pappbechern durch die Gegend oder fahren mit dem Auto irgendwie zum Biomarkt und so. Also das ist genau so dieser Konflikt, diese Vorbildfunktion ernst zu nehmen in all diesen Bereichen. Vielen Dank den Expertinnen, dem Experten hier auf dem Podium. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.